So wie sich der internationale bargeldlose Zahlungsverkehr stark entwickelt hat, so baut auch SIX sein Angebot kontinuierlich aus. Eine wichtige treibende Kraft sind die SIX-Verkäufer, die täglich neue Kunden gewinnen. Ihr wichtigstes Werkzeug bisher? Überzeugungsarbeit und ausführliche Verkaufsdokumentationen. Und da SIX international tätig ist, besitzen sie ziemlich viele Verkaufsdokumentationen. Für zehn Länder. In fünf Sprachen. Hier kommen die Digitalspezialisten der Werbeagentur Inhalt und Form und das Technologieunternehmen YouFirst ins Spiel. Ihre Aufgabe? Dieses Papiermonster besiegen und zähmen. Die Lösung heißt der Chartmaker. Ein umfassendes, webbasiertes Verkaufstool, auf dem sämtliche Verkaufsdokumentationen digitalisiert sind. So einfach das klingt, so groß war die gestellte Aufgabe. Immerhin galt es, eine Alternative zu finden für hunderte von bestehenden Verkaufsdokumentationen wie Flyer, Broschüren und Präsentationen. Sämtliche Inhalte wurden von Inhalt und Form überarbeitet, vereinfacht, verdichtet und mit den verschiedensten digitalen Möglichkeiten in einer klaren, visuellen Umsetzung neu aufbereitet. Eine ziemliche Knacknuss, denn die komplexen Inhalte müssen für eine ungemein heterogene Zielgruppe in unterschiedlichsten Branchen funktionieren. Doch der Chartmaker kann vieles mehr. Er dient den SIX-Verkäufern als intuitives Tool, um unkompliziert und schnell maßgeschneiderte Kundenpräsentationen zu erstellen. Aus über 130 Slides mit Grafiken, Animationen, 3D-Objekten und Filmen stellt sich der Verkäufer in wenigen Klicks die Präsentation zusammen. Erstellte Präsentationen lassen sich speichern und auch dem Kunden für die Nachbearbeitung weiterleiten. Jederzeit und überall. Denn der Chartmaker ist ein Online-Tool. Das spart dem Verkäufer Zeit und lässt ihn bei der Kundenpräsentation glänzen. Für mich ist eine fantastische Anwendung an die Verkäufer-Tools. Einige von den Sachen, die ich die meisten mag, über Chartmaker ist, ist, dass es so easy zu benutzen ist. Es ist so easy zu stellen, 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 aus den Produkten und der Diversität, die wir haben, und zu stellen. Ich denke, was ich besonders interessiert, in meinem Rolle, ist, dass es einfach so easy für unsere Teams in Deutschland, in Polen und in Italien, die auch so easy zu tun ist. Und das ist für mich sehr, sehr, sehr viel wertvoll. Und ganz nebenbei spart der Chartmaker Unmengen von Papier. Die wichtigsten Werkzeuge von SIX-Verkäufern heute – Überzeugungsarbeit und der Chartmaker.